servus pyrus herzlich willkommen zu einer neuen folge vr reaction heute habe ich mir mal ein video ausgesucht vom lieben pyro extrem und zwar hat er ein 360 grad video hochgeladen damals als 100.000 abonnenten special wo er 350 batterien auf schlag gezündet hat 100.000 schuss richtig richtig crazy und ja ich hätte gesagt wir schauen einfach mal ein das ist glaube ich wirklich eine kameraposition mittendrin und ja das wird mit sicherheit ein inferno werden let's go alter holi das ist ja voll die eskalation meine ohren ich hoffe ihr hört das nicht ganz so laut wie ich das höre ich höre das richtig richtig laut gerade ich hoffe ich habe den sound nicht zu laut für euch eingestellt oder sie mich auch noch versteht aber das ist ja mega heftig alter vor allem das ist halt mittendrin also ich meine batterie hat jetzt keinen mega krassen effekt aber durch die anzahl an batterien ist das halt einfach ein absolutes inferno heftig leute heftig 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 vor allem ist heute gefühlt gar nicht mehr auf leute jetzt geht's ab die laufen einfach weiter crazy komplett crazy aktion ja der bürger hat schon einige verrückte aktionen gestartet das ist schon heftig ist es ist schon echt wild wahnsinn ach du scheiße das ist so krank aber jetzt wird langsam ruhiger merkt man finde ich jetzt sind nur noch einzelne die nachtzügler echt heftig also absolut kranke aktion auf jeden fall richtig cooles video das jetzt hier auch noch mal mit vr zu sehen ich kannte das video zwar vorher schon aber es ist schon ewig her dass ich das video gesehen habe und jetzt mit hier vr brille ist das noch mal ein ganz ganz anderes erlebnis wahnsinn echt richtig cool ja ich hoffe das heutige video die heutige folge vr action hat euch gefallen lasst mich wissen schreibt sie in die kommentare und dann bis zum nächsten video ciao macht's gut büros hey 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 hey